Ladies and gentlemen, please have a visit to my board, Mr. President, Marilyn, my hope! Guten Morgen, Madam. Sehr gut. Sie sind früh auf heute. Haben Sie schlecht geschlafen? Ich habe kein Auge zugemacht. Das Wetter. Der Nebel drückt aufs Gump. Sie sind ganz genau, was auf mein Gemüt rückt, Mrs. Denos. Ihr Kostümvorschlag. Das Ganze war eine böse, hinterhältige Falle. Wie dumm ich nur war. Sie wollten mich losstellen. Warum hassen Sie mich? Was habe ich Ihnen getan? Sie wollen Mrs. De Winters Platz einnehmen. Nachts in dem Raum, das am Meer, sechzen die Schatten. Hüte dich, fürchte dich. Alle Türen sind verboten, verschwärmt und verhaut. Und wie ihr eintritt, so verflucht sein und verhaut. Alle Türen sind verboten, das sind verboten. Ja, schön, denn abends beginnt der Wind in der Welt, komm mal weg, kommst du in die Welt zurück, nach der Lande weg. Und dann, abends beginnt der Wind in der Welt, komm mal weg, komm mal weg, komm mal weg, komm mal weg, komm mal weg. Und dann, abends beginnt der Wind in der Welt, komm mal weg, komm mal weg, komm mal weg, komm mal weg, komm mal weg. Komm mal weg, komm mal weg, komm mal weg, komm mal weg. So nicht, was sie abhört, oh nein, die Licht, was sie gehört, sie stört, es stört. So nicht, was sie gehört, sie stört, es stört, es stört, es stört, es stört, es stört, es stört.